Ja, hallo meine Lieben, Freunde und es geht los, die Action am Airfield oder auch nicht. Ja, ich laufe jetzt zum ersten Lager. Ja, Junge, warte auf mich. Ja, ich warte dort auf dich, nur beim Lager ist man geschützt, weil man dann... Ja, Junge, ich bin knapp hinter dir, also warte gefälligst. Warte, ich laufe zu dieser Box hier vorne, warte da. Ich seh dich. Lauf nach links und dann komm mit in die Halle. Warte kurz. Okay, hier kann man nicht rein. Ja, das sind diese Häuser, wo man nicht rein kann. Ich renne jetzt rein. Okay, bin drin. Ich seh hier aber nichts, im ersten. Da hinten hockt wieder ein Zombie oben. Nö, nö, hier ist nichts. Ich laufe jetzt ins Zweite. Renn zickzack. Im Zweiten ist auch nichts, mach ich. Alter, hier ist sogar eine Feierwache. Hier ist auch nichts. Schlimm ist, dass die Tür auf ist. Ja, ja. Da steht jemand. Das ist ein Zombie. Der hat sich die ganze Zeit über nicht bewegt. Den hab ich auch schon gesehen. Da ist auch nichts. Okay, ich renne dann jetzt zum Tower. Der Zombie kommt. Rüste du mal die Axt aus. Ich renne da hin. Okay, geh du zur Feuerwehrwache. Ich geh zum Tower. Ich will jetzt hier auf den R-Field nicht schießen. Ja, ja. Das ist ja scheiße. Na bitte. So, jetzt nimm die Sniper. Okay, auf zum Tower. Also ich bin wie gesagt jetzt hinten drin, ne? Jo. Ich hoffe, wir finden ein schickes Visier für mich. Und ich bin im Tower. Da liegt schon mal nichts. Da kann ich nicht rein. Nur zwei von diesen Helmlampen. Was ist das? Eine Batterie. Ich bin jetzt oben im Tower. Schieß hier mal auf mich. Ja? Entweder war ich das. Ich weiß nicht, ob es ich war. Ich hab nicht die Maus berührt. Doch, ich war's, glaube ich. Boah, ich hab hier oben zwei Sachen gefunden. Einmal einen Schalldämpfer und so eine Armstütze. Alter, Alter, ich hab so den Schock bekommen. Boah, ich auch, Junge. Oh Gott. Alter, mein Herz rast. Ich bin oben im Tower, ne? Falls du da einen siehst, nicht schießen. Ein Rucksack. Und? Jawohl. So ein Chessholz da. Ja, Junge, ich hab Munition von meiner Knarre gefunden. Alter. Ich bin auch unten aufs Mauspad gekommen, Alter. Deswegen hab ich geschossen. Junge, schieß doch nicht. Leck mich doch am Arsch, Alter. Alter, ich hab so einen halben Herzinfarkt bekommen. Okay. Boah, eigentlich müsste man Eiskart im Tower jetzt sitzen und warten. Ja, ja. Lass mal ein bisschen hier rumchillen und gucken. Jetzt mal ohne Witz. Ohne Spaß. Ja, ich weiß. Natürlich ohne Spaß. Ich komm jetzt wieder runter. Deck mich, ne? Nein, bleib doch im Tower. Wir wollen doch da snipen. Ja, Junge. Ich will doch woanders reingehen. Da nachsehen. Mach, ich schäme mich zu lange in den Tower. Jo, ich seh mir diese Häuser hier an. Und gib mir dann vom Tower aus. Nee, warte. Ich geh ja noch in ein so ein Haus. Ich geh in das Große da hinten. Geh du dann da hinten. Die anderen auch noch abklappern. Da ganz am Ende der Landebahn. Wow, Zombie. Direkt hier. Ja? Ja, nimm du. Schnapp du dir den. Verdammt. Hauptsache, der ist auf sich abgesehen. Hast du ihn? Oh, das ist ne Nut. Hast du ihn? Ja. Okay. Dann geh ich hier jetzt rein. Hier liegt auch noch ein Rucksack. Ein Schalldämpfer für die Mausen wieder. Geil. Jo, hab aber schon einen. Mensch, guck mal nach. Meinst du, der geht vielleicht auf meine drauf? Bist du das, der da langläuft? Am Haus? Ja. Ja, das war ich. Oh. Okay, ich geh jetzt hier die Treppe hoch. Hier ist es wie leer gefegt. Vermut, ich war ja schon jemand. Und wir wollen sicherlich auch andere hin. Deswegen sag ich halt, lass mal hier ein bisschen warten. Okay, ich hab wieder 34 Schutz für deine Knarre, ne? Nice. Jawoll. Ich komm jetzt wieder raus. Ich hab die ihn gefunden. Gut, ich hab auch ein bisschen Turmfisch gefunden. Ich komm jetzt raus und geh da in die anderen Häuser rein. Ich bin in einer Halle drin, also. In der Halle? Ja, in so einer Halle. Okay. Ich komm jetzt in dieser Halle die Treppe runter. Ja. Jetzt geh ich die Halle hinten rum raus. Ich bin wieder draußen. Wow, das ist ein Schmetterling. Hm. Wo könnte man hier noch hin? Motorrad hin. Sollen wir da ganz hinten hingehen? In die Häuser? Geh du da hin. Ich schimpf mich so lange. Hin und Sniper, also versuch. Okay, geh in den Tower. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Ich geh da, ich geh an dir vorbei, da hinten in die Häuser. Geh du in den Tower und guck nach, ob du irgendjemanden siehst. Ja. Hammer. Ja, wir reden so miteinander, laufen dann so eiskalt an uns vorbei. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt nach Osten zurücklaufen? Ich würde sagen, wir warten hier noch ein bisschen. Ja, ja, danach. Was sollen wir machen? Nach Osten zurücklaufen? Oder sollen wir zurück nach Elektro und so weiter? Ich würde sagen, wir laufen zurück zu dieser Stadt. Und gucken danach. Und laufen dort an den Weg weiter. Also in die andere Stadt, wo wir erst falsch waren? Ja. Mit diesem Ball? Ja. Ja, okay. Also nach Osten weiter. Ich hab jetzt wieder so ein Zimmer mit diesen ganzen Kabinen. Hier haben wir einen Rucksack. Auch nichts Spannendes. Und lass mich raten, ne SKS. Ne. Doch. Du sagst, du warst im Tower? Ja, da war ich schon. Du hast einen Schalldämpfer liegen lassen, das weißt du. Der ist für die M4 mit einer Rücklehne. Naja, ich weiß, aber trotzdem. Ah, hier sind auch noch ein paar Lagerhallen. Nice. Guck mal nach, ob du mich siehst. Hinten. Hinten. Bin über den Lagerheim, wo ich... Da sind so drei Stück, ganz hinten. Ich bin jetzt kurz vor dem Eingang von der ersten. Nee, so weit kann ich nicht gucken. Scheiße. Hier liegen Schuhe drin rum. Okay, jetzt geh ich in die zweite Lagerhalle. Ich hätte hier eigentlich noch so ein Waffengurt. Ich weiß, aber den konnte ich irgendwie nicht anziehen. Muss man da auch was weglegen. Schau, ich muss schon wieder was essen. Ich esse gleich was. Ich seh mir hier noch die Gegend an. Scheiße, hier ist auch nichts. In den ganzen Hallen ist sie überhaupt nichts. Okay, dann hab ich da hinten noch die Häuser. Ah, hier haben wir schon wieder so ein Teil. Wo am Anfang diese Zelle ist. Mal sehen, was ich hier so alles für Klus finde. Die Tür hier ist auf. Toll, die Tür von der Zelle ebenfalls. Was liegt da? Aufgegessener Thunfisch. Was liegt da? Na, SKS. Jungen, ernsthaft. Was liegt da? So ein Chestholz da wieder. Kann ich das nicht benutzen? Junge. Hier liegt überall Essen mit 0%. Hier war ganz sicher schon jemand. Die Frage ist nur, wann war der zuletzt hier? Wann bauen die Sachen neu? Hier haben wir noch so eine Kapitänsmütze. Zwei von denen. Okay, ansonsten ist hier auch nichts. Ich komm jetzt wieder raus. Ich seh da hinten was auf der Landebahn. Bin mir aber nicht sicher, ob das ein Mensch oder... Das bewegt sich allerdings. In meiner Richtung? Ja, also hinten. Auf jeden Fall in deine Richtung. Ich weiß nicht, ob es ein Mensch ist. Wo hinten? Ich seh da gar nichts. Der rennt, rennt der in deine Richtung? Der rennt gar nicht. Der, der bewegt sich sozusagen auf einer Stelle, aber er bewegt sich. Sieht zumindest so aus. Ich könnte mal schießen. Ich guck mal eben. Ich seh da aber auch niemanden. Ah doch, ich glaube ich seh, wenn du meinst. Dieser schwarze. Ich könnte da jetzt mal... Das ist eine schwarze Person. Ich seh jetzt. Der bewegt sich. Ich glaube aber, das ist ein Zombie. Ich könnte da jetzt mal probeweise hinschießen. Nein, Lars, das ist ein Zombie. Das ist ganz sicher ein Zombie. Ich geh jetzt noch weiter nach hinten. Ich würde nochmal gerne wissen, ob ich den abschießen kann aus der Reichweite. Na gut, dann schieß. Ich beobachte den. Nee. Ich hab den Schuss gehört, aber der... Bei dem ist nichts passiert. Junge, da schießt der nochmal. Damit hast du jetzt jeden hier im Airfield gesagt, ich bin im Tower. Hammergeil. Mal sehen, was... Hast du ihn erwischt? Nein. Tja. Mal sehen, was wir hier in den Häusern haben. Handschuhe und Motorradhelm. Schön. Das haben wir hier. Da komm ich nicht rein. So, aber ich bin ganz hinten am hinteren Ende vom Airfield. Ich laufe jetzt auf die andere Seite des Airfields und gucke mich da bei den Häusern um. Also, falls du einen siehst, der gerade rüber rennt, das bin ich. Jo. Warte, was haben wir da? Nice, da haben wir noch so eine Militärbasis mit den ganzen Zelten. Ja? Ja, komm mal runter. Komm mal runter und lauf zu dem Ende, wo ich hingelaufen bin. Ich geh noch hier auf die eine Seite und klappere da nochmal die Häuser ab. Da steht ein Zombie. Diese Hallen. Aber dann könnten wir da runterlaufen. Geh du da alleine hin. Ich halte hier Wache. Da kommst du einfach später zurück zum Tower. Ja, okay. Da hinten steht noch ein Zombie. Ich könnte den mal probeweise versuchen abzuknallen. Vorst du euch die zwei Hallen? Drennt der gerade? Nein, der ist ganz woanders. Okay. Ich gucke gerade, ich glaube, ich gucke gerade auf die Seite, von wo wir gekommen sind, ja. Wo ich, von wo wir gekommen sind, wo ich meinte, da steht hinten einer auf der Straße. Ja, okay. Dann halt du da die Stellung. Ich seh mir in Ruhe die ganzen Sachen hier an. Moment. Ah, ist ein Zombie. Ich kann den mal versuchen abzuknallen. Den Zombie. Ich will echt wissen, ob das geht. Scheiß doch, Alter. Ich hab so viel Munition für die Knarre. Ich schieß den jetzt ab. Ein Bauarbeiterhelm ist nur hier. Wo ist der jetzt? Bist du denn? Okay, wo ist der? Toll. Gaslamm. Ah, was haben wir hier? So ein Barrett und Schuhe. Ach, da ist der. So, hier haben wir dann noch das andere Haus. Das letzte und dann nicht... Ich versuche den mal ohne Scope abzuschießen. Irgendwie glaube ich, dass man mit den ganz schön verzieht. Toi, da kann ich nicht rein. Ah, hier haben wir noch so ein Zeltteil. Leck mich doch. Ich treff den nicht. Dann ist der vermutlich aus der Reichweite. Ich tapier's nicht. Naja, die Folge ist jedenfalls zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. In der ich jetzt in dieser Militärbasis da hinten gehe. Da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Vielleicht bin ich das. Steht der gerade? Nein. Wo kommt der? Ich hör deine Schüsse. Scheiße, ich muss nachladen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Schnell. Schnell. Schnell.